so jetzt bin ich fünf kilometer gelaufen und das mit noch nicht ganz verhalten fuß erst in zwölf wochen soll man ja eigentlich sport machen und so aber das sehe ich jetzt nicht als sport sondern training für den fuß und ich bin daher diese fünf kilometer gelaufen weil ich mich erinnern kann so 2016 bin ich diese ganze strecke einfach normal gelaufen weil ich mich für so den fünf kilometerlauf angemeldet hatte von der arbeit und diese aussicht besonders schön fand und jetzt stehe ich da wieder und für mich ist es wie so eine als ob ich eine olympiade gewonnen habe dass ich das hier bis hierhin geschafft habe ist für mich einfach ein meilenstein und das wird immer besser mit dem fuß ich bin mir ganz sicher und irgendwann bin ich dann wieder da wo ich ganz am anfang war bevor es gebrochen war okay das war's tschüss